Hi, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie man Online-Videos in HD-Qualität anschauen kann. Sie müssen Ihren Internetbrowser öffnen und dort heruntergeladen ganzerfilm.com eingeben. Ich benutze diese Website schon seit geraumer Zeit, da Sie die allerneuesten Filme anbieten. Ich werde Ihnen an einem Beispiel zeigen, wie es funktioniert. In der Suchleiste können Sie den gewünschten Film eintippen. Ich nehme als Beispiel Trolls. Sie können nun den Film draufrufen und die Informationen zu diesem durchlesen. Wenn Ihnen der Film gilt, daraus drücken Sie den heruntergeladen Button. Sie werden nun hingewiesen, dass Sie eingeloggt sein müssen, um Filme herunterladen zu können. Klicken Sie auf Konto erstellen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre persönlichen Daten an. Dann werden Sie jetzt aufgefordert, Ihre Kreditkartnummer einzugeben. Andernfalls können Sie nicht mit dem nächsten Schritt fortfahren. Mach dir keine Sorgen, es ist notwendig für die Website, um Ihre persönlichen Daten zu überprüfen. Danach können Sie wählen, ob Sie Premium oder reguläre Mitgliedschaft wünschen. Wählen Sie das reguläre Konto. Und am Ende wählen Sie den Film, den Sie wollen und genießen Sie es. Dabei sparen Sie Zeit und Geld. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.